Ich bin ex-orientiert. Du hast 21 mehr CS als der durchschnittliche. BAM! Das liegt daran, dass ich immer so schlecht spiele und das Spiel dann immer so lange dauert. Nein, ich soll einfach mit meinem Reliktschild geb ich ihm die kacken CS. Selber hat er noch nie CS. Ja, ich kriege alle meine CS durch die Reliktschilde. Das Spiel dauert halt nur so irgendwie 400 Stunden, wenn ich die CS zusammenkriege. Gregor, vier Leute mit Reliktschild bei dir. Ja, genau. Ich hab echt keinen Bock auf Cutter, Leute. Null. Ja, mach's einfach fertig. Ja, ich hab gesagt, pick'n'n Show-Goff. Mach einfach mit ihr rum und dann fertig. So 110.000 Early-Gangs. 110.000? Ja. Ich glaub, so lange dauert das Early-Game nicht. Je nachdem, wie du spielst. Du rollst die ganze Zeit hin und her. DJ Cutter? Was? Ja. Boah, schlabers. Äh, fangen wir wieder so an mit den Cruxs oder nicht? Ich denke. Also Cutter ist schon mal da. Ja oder nein? Ja! Ja! Spass, geh weg! Wieso tankst du? Weil ich's kann. Alter, sieh ne Hoe. Pass Cutter. Loll. Wir haben die komplette Weapon der Zwischenzeit gleich gekriegt. Nice one. Also für uns. Wir haben nur einen Farm verpasst dadurch. Ich hab bisher auch nur einen verpasst. Wir haben aber auch vorher noch Cruxs gemacht. Die hab ich nicht gemacht, sorry. Sag bloß. Gregor hat aber auch die ganze Länge gekriegt. Ich nehm den unteren. Ich hab die viel verpasst. Ich geh den noch einmal an. Das ist mehr. Oh, leil. Deswegen, die hat mit nem Dings angefangen. Mit nem so nem Buch. Rein, 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 rein. Alter, die sind immer noch Level 1. Ich bin fast 3. Nice, wir haben Flash. Okay. Kein Flash auf Morgana? Okay, ähm. Wie holst du den kennen? Ja. Versuch's, wenn du den aufhören würdest, anzupfen. Ich hab kein Mana mehr. Nice. Äh, okay. Ich meinte jetzt nicht dich vergleichen. Hat sie geflasht? Ja, ne? Ne, sie hat, glaub ich, den Wortschampf gemacht. Du hast geflasht. Ja, mein. Sorry. Ich muss mir sagen, ob ich, äh, Blubuffs kriege. Sonst kauf ich, äh, ein Mana-Rack-Item. Ich sage, du kriegst Blubuffs. Fertig. Alles klar. Äh, top miss. Das war close, Alter. Die Schlampe. Nein! Der scheiß Flash von ihm. Ja. Okay, ähm, Botlane kein Flash. Gegnergeschütz. Ja. Mhm. Also keiner von beiden. Hast du noch Flash? Ja, ja, ich hab Flash. Okay, nice. Cutter's back. Ich kann mir nichts kaufen, ist das Problem. Ja, das hast du mich geflasht, als ich mich exhaustet hab. Das hätt dir Zeit gegeben. Nichts kaufen, das ist so... Viel zu richtig wenig Geld. Ja, Lucien hatte nicht viel mehr. Ja, er hatte halt ein bisschen mehr Farben, aber... Du hast Lucien mehr Farben! Hm, vielleicht, weil ich unterm Tower fahren musste und wir die ganze Zeit gefeitet haben? Wir haben nicht gefeitet. Nein, nein, nein. So gut wie gar nicht. Also... Crack der Schnull. Weil... Let's ja... Rauke stimmt, der hat den Kill bekommen. Der hat First Blood gekriegt und Kill, ja. Boah, ich... Hat er grad einfach killen sollen, Mann. Ernsthaft? Wir haben die gleichen Items? Was ist das denn? Willst du reingehen, Marco? Ja, wobei, Minions. Ich wirf dir Lantern zu, was? Komm, 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 komm! Oh, Mann! Ärgerlich! Hau ab, du Minion! Was ist einfach! Was ist... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott! Die Antwort ist definitiv ja. Immer. Immer. Das ist... Nein, 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 nein! Okay, hab ich. Ich hab keinen Flash. Cut up, kein Flash. Ja, lol. Ich bin doch nicht. Müssen wir aufpassen. Ich würde sie sogar nicht töten, aber ich kann nicht. Top Miss? Top Miss? Okay. Ja. Okay. Ja! Blechschel! Blechschel! Oh Mann! Deren Scheiß-Krager ist afkar! Lol! Nice! Ich hab schon... Ich will den kompletten Jungle vor ihm. Ja, hör dich vor! Ich hab... Ich hab hier nämlich den gecounter-Jungelt! Und das ist nicht gecleared! Ausnahmsweise erlaub ich's dir! Mann, das ist schon Brose! In welche Richtung weichst du aus? Fall nicht wie normal! In welche Richtung weichen der Brose aus? E-Counter hat man Pro-Hooks, indem man die Brose ausweicht. Er weicht wie in Brose aus! Ich hock wie in Brose! Mann! Herr Rammus, rei auf 5 Muba fahren, oder? Boah, kannst du den nehmen? Ich hab ja noch einen! Ja, musst du ihn vorbereiten! Muss ich dir helfen? Ja! Ich nehm keine! Ich nehm keine! Ich glaub, ich nehm den! Gank erstmal Mitte! Lol! Ich hab noch ulti, der hat keine! Ne! Ne! Raus! Oh, lol! Ich bin's! Ja! Hab ich! Och! Ich hab keine Fischen! Komm, nehmen wir uns deren Blubuff dafür! Ja, okay! Unsere ist zu hoch! Ey! Lass mal gerne reisen! Ich hab keinen Mana! Nicht du, ich mein Rammus nicht! Dann kannst du vielleicht nochmal Botlane ganken! Aber dafür hab ich noch Ulti! Oh, lol! Botlane! Ey! Ein Hint! Ja, okay! Du brauchst erst den Blubuff! Ne, ne! Oder holst dir den unseren mit mir! Deren Ernst? Komm da! Ja! Nice one! Ja, ich hab... Oooooooh! Die Plays! Ey, Kater ist weg! Kater ist weg! Good Job! Lass mich voraus! Ich hoffe nicht! Du hast gesehen, Alter! Wissen wir, wo Kater ist? Mein Flash war unnötig, aber ich wollt' die saven! Ich hab' noch nen Tower-Shot bekommen, sonst wären die tot! Okay, lass! Äh, einer muss Mitte! Wursch einfach durch! Ja! Die kriegen doch jetzt nicht den... Midlane-Tower, ne? Ja! Ja, deswegen hab ich gesagt, einer muss... Nein, die kriegen den nicht! Ja! Die kriegen aber Botlane! Ja! Und das ohne Damage! Mach die Wurst mit deinen Qs! Okay, ich hab' jetzt deren ganzen Jungle gecleared! Wer der jetzt zurückkommt, ist am Arsch! Nein, Kater ist nüß! Kater ist nüß! das hier hat das hier das hier ja lass sie lass sie was ich nicht woher wenn wir jetzt sterben jonas was jonas er ist schon so kleiner jonas ich weiß Toplan wieder am fiesen vollen Report und 39 CS also Toplaner ganz wichtig, das ist ein volles Report, kein halbes das ist wie unser alter Toplaner der ist der erste gleich scheiße du bist da alleine gegen 3 und das ohne den Gegner schon jungler äh, ja kann ich den Redbox haben? nö ich soll euch tanken nein, ich bin nicht, der kriegt das nicht auf die Reihe, den Gegner mit seiner Q zu poken na, ich helfe dir oh, das war ein riesen Schwert was ist mit meinem Beobacht? ich hab'n riesen Schwert gut, kannst, danke also Report Darus ist ein Farm ist ja fast so schlimm wie wenn Ding auf die Mitteln geht, Daniel die haben die gleichen Farmen oh, da kannst du deinen scheiß Q mal woanders rein komm, komm, komm oh man, ich dachte, da war ich den hier richtig äh, lass' mal Drake machen ja, lass' den Blu ja, lass' den Blu okay, noch was mehr kannst du dich nehmen? geh weg, geh weg ich krieg'n ja rein, ich hab' keine Mana mehr ach, dann helf' ich dir mal danke dein Cutter fehlt ja, komm, kommst du Ding, Drake Cutter kommt eh, Board Cutter ist hier hey, kein Drake Cutter ist Board ja, kommst du, wir killen die nein wir killen die mein Pink World nein, die wollen mich hör, schau da ab die Kaylee fehlt auf der Top geh weg, geh weg, geh weg aber ich brauch' Hilfe naja hau doch einfach ab nein, ich beschütze ich beschütze den Pink mit meinem Leben ich beschütze den Pink mit meinem Leben ich beschütze den mit meinem Leben der hat 100 Gold gekostet äh, wie war das? äh, wie war das? göttlich genommen werden, wa? äh, wie war das, ähm, wir haben Easy Game komm her, komm her, komm her, komm her komm her, komm her kannst du den hier ruftholen okay, Cutter, kein Flash mehr nice Lucy, kein Leben mehr nice richtig easy, vor allem pass auf, pass auf oh, wie tot sie ist äh, ich bin Lowlife, ne? ich werd da nicht reingehen lol, lol nicht TowerDifend Cutter dankeschön oh, lol dankeschön Cutter wo ist Morgana, wo ist Morgana? da ist sie oh, lol, hab ich knapp überlebt lohn ey, Galli von wo laufst du? komm 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 ich muss Kater den Jungle machen, ansonsten Kais, nein, Tracer komm hier noch, er hat? lass Bottlene pushen, die sind beide so oder wir machen, er braucht mal Hilfe, ne? Marco Drake ja, ich komm gleich hoch Marco Drake ey, wie den Packen auch so, ich brust Portleneck ey, mach grad Wett ey, mach grad Wett fähig ein bisschen weiter nach da nicht, dass der mich angreift ich bin zu Lola, Chappell ja, ich trinke, oder was? ja, der guckt dir mal mein Leben an ich komm ey der Lappen kriegt das ja nicht hin ja Kais ohhhh, ich hab den Drake Kais des Todes Kais ich bin der Toplane ich bin der Toplane ja du hast Mitte defenden, dann komm ich Top mit Ulti erst Mittlane killen äh, ihr solltet da nicht rein ah ne, guck auf mein Leben Kata hat Ulti, alles ja stimmt, sie sieht sie sieht mich nicht sie sieht mich nicht ich komm jetzt Toplane und den Bissable Hack, den du installiert hast, ne? ey, ich weiß, wenn ich jetzt Kata ist Mist Kaili kommt Top, äh mit Kaili ist hier grad langgelaufen da ist sie, ich komm auch ich komm auch ich komm auch wo soll ich hinschießen? Ari, komm hier ist er Lucen kommt auch Lauf zu uns ach man oh man äh, Kinder Lucen kommt die Kinder beide lass das mal lieber lass ich flashe über die Wall ich flashe ich flashe und duf den Lantern komm alles klar alles klar alles klar diese Lant die 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 kommen mit Lant keine Tricks versuchen einfach machen er sagt, dass Jinx Jinx ist nie im Teamfight dabei ich bin gleich da ich bin gleich da, ich hab Home God er ist gleich da loll, guckt euch nein alter loll die das nicht geschafft hast die das Ding aufzudrücken haua haua eh tschüss e pf 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 Ja, wenn wir wegkriegen, während die geultet wird, ist die nutzlos. Wenn es Cutter nachher schafft, uns zu töten. Und gerade ist es 11,000. Ja, wir müssen einfach nur Cutter fokussieren, mehr nicht, und Lucien. Du müsst einfach nur pushen. Stimmt, wir sind ja einer mehr. Ja. Du solltest nicht als Support jetzt gegen Cutter kämpfen. Ach nicht, ich ziehe dir nur den Blumen. Nein! Nein! Hä, wie habe ich den bekommen? Kommt ihr mit? Ich push weiter Botline. Oh Gott, das ist jetzt nicht. Wie mir meine Kids... Gute Arbeit! Darius, komm entgegen, komm entgegen. Duschen ist irgendwo hier. Da oben! Wo wir das denn hin? Ich bin nicht schwarz, ich kann mich nicht... Er hat sich im Wald versteckt! Das kann... Er hat sich im Dunkeln versteckt! Hint passiv ausgenutzt! Sag, du nimmst den! Die Aufnahme ist die angsteste, die ich nicht mit dem Ding gefällt habe. Die anderen habe ich immer... Nein, die anderen habe ich zu spät beendet und so, und ich habe keinen Wach. Ich wollte gerade drüber flashen, dann merke ich auch scheiße, ich habe keinen Flash. Ach ja, stimmt ja, wieso sind keine Aufnahmen hochgeladen worden? Echt mal, wir warten. Ja, du, ich hatte... ...Rainment 2. Aber die, die kommt hoch, die kommt hoch. Und die darf auch vielleicht auch. Toppen Tower. Good job. Okay, mit Tower. Unser Blubuff ist ab. Um. Noi, wo sind die Toppen-Bot-Tower hin? Ich will sagen, wir haben scheinbar auf jeden Buff. Noi. Wie schlecht er kann, dass ich jeden... Raus. Im Tower, ist richtig ließ. Ich geh back. Hier Lucien, fick die Lentern! Da ist deine Frau! Ja. Mann! Das ist der einzige Grund, warum er Dingens genommen hat, warum er Lucien genommen hat. Weil, dass ich dafür dann kann ich meine Frau... Oh, ich hab ihn! Die sind Pro! Vielleicht, geh weg, Leute! Nein! Oh, Leute, die Ulti. Die war richtig nice. Ja, war sie auch. Grab die gleich nochmal. Ge weg, ge weg, ge weg, ge weg! Da kürt euch alle! Nö, glaub ich nicht. Nein, schützen nicht. Nein. Hau doch ab! Das sind die Bronze-Dodges, das von denen ihr gesprochen habt. Geradeaus weglaufen. Ja, geradeaus, doch! Alter, nehmen wir immer dodge. Am Kampagne zu Q-Ding. Und dann Scham. Wobei, könnte Ulti scham. Ja, doch, ein von denen. Nein. Aber nicht während dem Minions da sind. Wenn du ein von denen schamst, ist die die, dann hab ich die gewuckt. Lass mir doch die Minions! Was machen wir hier eigentlich? Ich bin mein Blu-Buff-Arm. Lass doch einen Blu-Buff-Arm. Lass mir den Fum-Offer-Topp, bitte. Lass mir den Fum-Offer-Topp, da sind zwei Gegner. Ich hab sie euch gezeigt. Mein Fum-Offer-Topp. Alter, das ist mein Fum-Offer-Topp, du sagst. Geh auf deinen Lane. Die kommen alle top, Leute. Wenn ihr euch um den Fum-Offer-Topp... Ja, die kommen alle top, alle, alle, alle. Ich tue Sportline weiter. Ich tanz hier. Ich tanz hier. Weil du weißt, dass man dich kaum hört. Also ich höre. Du bist irgendwie richtig leise bei mir. Ich will zwei Level vorloschen. Ja? Ich hoffe, du verreckst es richtig. Ja? Ja? Ja. Oh, knapp. Ich hab gesagt... Ey, ich hab... Report Darus. Es ist genau das passiert, was ich gesagt hab, Alter. Genau das, was ich gesagt hab. Ihr seid so dämlich. Ja, ich hab auch gesagt Report Darus. Haben wir das gleiche gesagt? Ich hab gesagt, wenn ihr hochgeht und euch um den Farmenstreit... ...werdet ihr beide sterben. Ich wollt ihr retten, ey. Ich rette die nie wieder. Ich versuche nie wieder, denen zu helfen. Warte, einfach mal vernünftige Sachen. Und dein Flash will ich noch hier im Jude behalten. Ich hatte seit mindestens fünf Runden kein Flash-Tick mehr. Seit fünf Runden kein Flash, was? Warum kauft er sich Amor? Mach doch mal was Sinnvolles, mach Barrel. Ja, mach doch mal was Sinnvolles. Ey, Gehle ist jetzt... Oh, der ist noch ganz stark. Wie low war der Allusion? Der Red Buffer ist übrigens gleich down. Jetzt fiel ich dir keine Sorge. Ey, jetzt. So, einfach mal eine Ulti entschieben. Was? Der macht keinen Red Buffer? Was? Der tut ja Lucien. Ist der dumm? Ist mit lane. Ich komm gleich, ich komm gleich. Ich komm gleich. Marco lässt sich wieder wegschubsen. Marco schon ein Mobbing-Opfer, er lässt sich immer rumschubsen. Komm, Grant. Dann smitet er auch nicht, Mann. Ich hab jetzt den Keyword. Ja, mit dem Auto-Tag. Ey, nicht fein, sonst springen fällt alle um. Ich reporte euch alle. Komm schon, haben wir. Erster Report. Oh Gott. Komm ran! Jetzt! Das war... Das waren vor den vielen. Lass mich. Das war ein richtiger Brawl, Alter, das. Hier, Alter, hier. Free Candies. Was machst du da? Gib dem Affen Zucker. Alter, wieso bleibt die stehen? Nein. Ey, Leute, stopp! Ey, Leute, wir könnten nicht gut werden. Wir haben Waff gerade. Äh, Kaylee ist da irgendwo im Jungle. Äh, von irgendeinem Waffe kann die heilen. Ja, von mir, sorry. Komm! Easy! Easy! Ey, lass mit dem Blubuff! Nein! Doch! Können die nicht wie Browser ausreichen, ey! Boah, Alter, war das close. Was war denn daran close? Ich hab keine rausgemacht. Hätte fünf Leben. Alter, guck euch diesen Käfig an, wer will da drin strippen? Das war der Flash. Renn zu mir, renn zu mir! Ey, wir reporten die Brüder, die regen mich hier auf. Ey, was machen wir da für ne Scheiße? Ich hab' doch versucht zu save'n. Ja, okay. Das darfst du nie machen, das hab' ich vorhin schon. Das darfst du nie machen, das hab' ich vorhin schon. Ja, aber versucht, das darfst du nicht mehr aufnehmen. Ja, zum Glück sah der Verkehrsherr gleich auf. War schön, wie traurig ist, wenn die kleinen Dschang da haben. Okay, wir sollten irgendwann mal aufhören zu trollen. Ne, wir werden zweiter Trollen jetzt. Wir müssen meine Statistik nicht kaputt machen. Heißt das, ich muss mehr farmen. Ey, lass uns mal gewöhnen. Ich hab Hunger, ich geh dir nicht. Können wir mal die Mitte defend'n oder so? Ja, ich geh einfach in den Kampf rein. Ey, komm, roll noch schnell los. Mit der Mitte defend'n, also den hier? Ja. Den defend'n wir jetzt. Die defend'n die Mitte locker. Ey, machen die Baron? Nein, das ist doch nicht. Die machen zu dritt Brad. Also ey, das nächste Mal, das Ramos machen muss, um die richtig zu nerven. Dann gehst du da hin und tanzt mitten in denen dran. Und ich tu dich mit der Löffel wieder rausholen. Mach mal Baron. Aber die Jinx ist halt nicht wieder da. Marco, mach mal alleine Baron. Hast du gehört? Ne, schon wieder. Ne, schon. Oh, da war Lucien. Er hat sich... Er hat sich... Er hat sich seine passive versteckt. Er hat sich... Er hat sich... Er hat sich... Was machen wir hier, Alter? Wir freuen! Rumpfrollen, die du fest mitbekommen hast. Okay, komm. Alter Schwede. Nein, ich hab grad Speerlinse benutzt. Gregor! Egal, kommt jetzt. Gregor! Cutter! Bin Morgana bei dir! Gregor, ich report dich. Ich bin 11 Gages. Also wie immer. Ja, wie immer. Immer das Gleiche mit dir. Was macht ihr jetzt Baron? Oh, dieser... Dieser Lantern. Oh, Leute. Ja, tank weit. Ey, kommt ihr mal. Darius geht einfach weg. Ist das dein Ernst? Du... Pascal, Alter. Ich report dich. Geht der einfach hier weg. Ihr wisst, dass die alle kommen, ne? Marco, du smitest den richtig, ne? Wenn du den nicht kriegst... Oh, mein Gott. Guck, so ne Ulti hab ich auch. Erstmal nochmal in die Lucian Shit reinlaufen. Nein! Fuck. Hallo, hilft mir einer? Noch die Autotech, was nicht gekriegt. Easy. Easy! Ihr habt den Schwarzen. So. Aber wie die Gneid sind, der wär eh gestorben. Die sind dann alle geggeschrieben, Gregor. Nein, ein gutes Spiel war es nicht. Ja, no color. Haben die schon irgendwas geschrieben? Ne, ne? Doch, die haben geschrieben, report alle Marco. Ah, okay. Kann ich verstehen. Hast du keinen Farben bekommen, Digga. Dafür hasse ich dich auch grad so'n bisschen. Ich geh jetzt einfach weg. Ich geh jetzt einfach weg, alter. Ich geh jetzt einfach weg. Also ich bin kurz AFK, gell? Geh kurz zu meinem Du. Ich muss die Aufnahme überprüfen. Hehehe. Wahrscheinlich wär er schneller da gewesen, wenn ich weggegangen wär. Egal. Egal. Hast du Homeguard? Nö. Meinst du, kriegst du? Keiner kauft sich Homeguards, bis auf Marco. Ich hab überlegt, ihn zu... Ich hab überlegt, ihn zu smiten. Ich hab keine Ahnung, was der da macht. Komm. Der dungelt jetzt. Das ist jetzt hier neuer Jungler. Ich bin klar mit der eigentlich. Komm! Oh, es geht eigentlich noch. Ne, es geht gar nicht. Boah, ich wollte die Lantern nehmen. Ja, ihr Lantern einfach in den Cage rein. Alter, das ist einfach... Das ist nicht so geil. Mitleihen wir fighten. Okay. All in! Push! Danke. Den kannst du noch haben. Oh, fehlt das nicht. Okay, Innepolen. Ey, ich kann ja... Ich kann ja auf deine Lantern teleporten. Ja, mach das. Ich mach' ich gleich. Ey, da war ein Minion. Wenn du da drauf teleportest, kann sie sich nicht mehr bewegen. Ähm... Loll. Deswegen kauft man sich für Kata keinen Sonniers. Deswegen kauft man sich auf Kata keinen Sonniers. Nein, ich hab keinen... Ob man hier nicht mehr rausbekomme ich... Noob. Leute, es ist ruhig. Pff. Ich hab immer mein Charme gemisst. Typisch Aram Ari. Typisch Aram Ari. Typisch Aram Ari. Typisch Aram Ari. Du sollst den Kragas rausholen. Jetzt ohne mich hättet ihr auf jeden Fall verloren. Ja, Leute. Hau ab, Loh, ho! Also hätten wir so gespielt... ...dass ich hab' dir das Leben gerettet. Ich hab' dir das Leben gerettet. De Nude, ich hab' dir das Leben gerettet. Jetzt roll! Ich hab' dir das Leben gerettet. das heißt jetzt muss ich schon Prozent zweiten Gräker ja ich bin nicht gleich, aber ich hab das mit äh, Bot mit, äh, mit, äh, Wazze mit, nein, Wazze, mit, nein, Wazze, Bot der Chat ist wieder episch ich muss es einfach an euch du schreibst ich muss jetzt einen Kill-Clown einen Kill-Clown, dann hab ich das Stich wieder neutral halt haben also unsere Ari ist richtig schlecht ist echt langweilig also meins wohl, Kill-Secure ich glaube, du hast das falsch ausgesprochen zu ihm, das doch, alter, ihr Noobs sehr bevor, vier Leute drücken aus Versehen als Troll auf ja äh, nö, ich warte da absichtlich immer ich hab sowas zu oft passieren sehen man, ich wollte dir das Kack-Ding klauen warte doch schade musst du erst so hart downbursten, alter ja nein, Darius, warte daaa oh nein, der ist nicht mehr gottkalt, der ist legendär ja wenn ich jetzt einen Shutdown auf Cutter grippen bekomme, ne also, sie einen Shutdown auf mir dann reporten wir dich alle ja, weil dann kann ich mal eben oh olololololololololololololololololololololo sci-facke krakas Alex, ist halt dran 气 krakas krakas unter allen krakas infale krakas Lass die mich kristin! Hauptsache sieg! Nein! Ich hab schon mal geklärt! Boah! Hexer! Hexer! Ey, du kommst jetzt ran, du kleiner Penner! Mach doch dein Cat Panther, du nun! Nein! Jetzt mach ich den Penner! Jetzt mach ich ihn! Alter, wir reporten jetzt alle Gregor! Wir reporten alle Gregor, das gibt's nicht! Nein, tun wir nicht! Der hat einen Penta geklaut! Wartet, wartet bitte, ich muss mir noch KDU kaufen! Also kein Penta! Ne, der hatte schon Quadra! Ich wollte mir noch eine KDU holen, wartet doch! Die Ami war halt nur so im Moment schneller! Wolltet ihr mir kein Fender geben? G, G! Ich reporte noch alle in der Aufnahme! Bronze! Nein! Oh nein! Drei! Oh Gott! Wir benutzen das andere Team Ravito! Das ist nur Bronze in zwei! Ich konnte euch nicht carryen, sorry! Ich hab schon wieder ein Bild gekriegt! Nein! Ey! Lucien, du tötet dich! Schau mal in den Chat! Alle mal Lucien Negative Attitude! Ja, mach ich auch! Alle Lucien! Und, und, Kragas AFK! Negativ! Kragas AFK! Und der, der Roy... Tryhard! Äh! Kragas auf Level 5 in der Zeit gekommen! Ja, natürlich, einen mit dem Brief auch um die Tauben sind! Ey, der war nicht Level 5, der hat noch eine Ulti auf mich gehauen! Äh! Loi! Äh! Akko, hast du gehört? Du warst... Du warst retarded! Oh, dieses Spiel, Alter! Da, Kragas! Ich hab einfach eine... Wo steht jetzt eigentlich, wie lange das Spiel gedauert hat? Kein Plan! Äh, unten! Ganz klein! Ey, Leute, ich bin weg! Ach, da unten, ja! Ciao! Hallo!